Neuhausen ist der flächenmäßig kleinste, jedoch bevölkerungsreichste Stadtteil. Mit 10.500 Einwohnern kann der Ort seit seiner Eingemeindung 1898 den höchsten Bevölkerungsanstieg aufweisen. Kurz vor ihrer Mündung in den Rhein verläuft die Pfrimm durch Neuhausen. Sehenswert ist die sich im Ortskern befindende St. Amanduskirche. Nur noch wenige Wochen bis zum 9. Juni und dann stehen die Kommunalwahlen an. Wir haben alle Kandidaten eingeladen. Für Neuhausen jetzt im Studio. Uwe Merz von der SPD und Marion Hartmann, CDU. Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Die Kommunalwahlen stehen vor der Tür. Am 9. Juni 2024 haben Sie die Möglichkeit, unseren Stadtrat, unseren 52-köpfigen Stadtrat zu bestätigen oder neu zu wählen. Und Sie haben weiterhin die Möglichkeit, für die 13 Stadtteile den Ortsbeirat und den Ortsvorsteher zu wählen. Wir nutzen natürlich hier vom offenen Kanal die Möglichkeit und stellen Ihnen alle Stadtteile vor. Wir haben heute den Stadtteil Worms-Neuhausen. Neuhausen ist eigentlich die größte, flächenmäßig größte, der größte Stadtteil von Worms mit der Einwohnerzahl gesehen. Eine sehr hohe Einwohner-Dichte. Das heißt also, hier hat der Ortsvorsteher, vielmehr die Ortsvorsteherin, einiges zu tun. Wir haben die beiden Kandidaten hier zu uns ins Studio eingeladen. Zum einen die Frau Marion Hartmann von der CDU und zum anderen den Uwe Merz von der SPD. Ich darf die beiden recht herzlich bei uns hier begrüßen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Neuhausen ist ja eine Nummer, sage ich jetzt mal. Insofern, wir haben zwei Kandidaten hier. Wenn die beiden sich mal vorstellen wollen, die Monika vielleicht als erstes. Marion Hartmann. Ich bin 39 Jahre alt. Allerdings werde ich dann an der Kommunalwahl bereits dann 40 Jahre alt sein. Ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder und mein Mann, meine Kinder und auch ich sind tatsächlich in Neuhausen bereits schon in die Kita gegangen und wurden dann auch auf der Staudinger Grundschule eingeschult, weshalb wir dann tatsächlich sehr verwurzelt mit diesem Stadtteil bin. Und ich bin mittlerweile seit 19 Jahren Mitglied der CDU. Lange Zeit war ich die Vorsitzende der Jungen Union und seit mehreren Jahren auch die stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU. Und ich habe das Glück, dass ich tatsächlich seit zehn Jahren Mitglied im Stadtrat bin und dort begleite ich die Themen Jugend, Soziales, aber auch die Finanzen. Und im richtigen Leben, sage ich im Berufsleben, bin ich Lehrerin für die Fächer Mathematik und Erdkunde. Und in der Schule habe ich tatsächlich die Präventionsarbeit sehr stark mit aufgebaut. Und das Schöne ist, dass ich dann halt eben übergeschlossen bin zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, weil ich dann auch in diesem Bereich dann auch hier auch nicht nur in der Schule, sondern auch hier in Worms direkt tätig bin, indem ich dann hier das im Vorstand vom Förderverein, vom Frauenhaus auch aktiv bin. Prima. Vielen Dank. Der Uwe? Ja, ich bin 65 Jahre alt, verheiratet, habe zwei wunderschöne Kinder, bin jetzt tatsächlich seit sechs Monaten auch Opa geworden. Und das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und wenn ich nur an die Kleine denke, dann kann ich nur lächeln. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Ich bin jetzt im zehnten Jahr Ortsvorsteher in Neuhausen. Und mir macht das, die Arbeit als Ortsvorsteher, sehr, sehr viel Spaß. Und deshalb habe ich mich auch noch mal zur Wahl gestellt. Es gibt noch einige Punkte, die man ausführen kann, verbessern kann. Und deshalb würde ich da gerne noch mal antreten und hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger mich wieder wählen. Ja, schauen wir mal tief nach Neuhausen rein. Wie steht es da eigentlich um das Vereinsleben, um das gesellschaftliche Miteinander? Ich meine, soweit ich mich erinnern kann, gibt es in Neuhausen einige Punkte, die vielleicht nicht so richtig miteinander kooperieren können. Also wenn ich jetzt an die Kooperation mit Vereinen denke, muss ich sagen, das ist ja ein Vorzeigeprojekt. Wir haben den Wormser Rugby Club jetzt ganz neu bei uns in Neuhausen. Und wenn ich da sehe, wie sich dieser Verein, der übrigens die größte Jugendabteilung im Rugby in Rheinland-Pfalz hat und auch die erfolgreichste Jugendabteilung mit dieser Verein sich eingebracht hat, in jetzt noch nicht einmal ganzem Jahr, dann muss ich schon sagen, das spricht unwahrscheinlich für diesen Verein, sind sofort eingestiegen bei der Neuhauser Kerbe, die wir wiederbelebt haben, sind sofort eingestiegen bei unserem schönen kleinen Weihnachtsmarkt vor der Ortsverwaltung und haben sich da genauso eingebracht wie der TUS Neuhausen, die heute ja das Derby haben gegen den SV Horschheim. Ich hoffe, sie hauen sie wieder weg, dass wir wieder weiter oben stehen. Ja, der TUS Neuhausen ist ja auch ständig irgendwo voll mit dabei im sportlichen Bereich. Neuhausen ist ja mehr oder weniger auch bekannt durch den TUS. Das ist richtig. Gut, dann möchte ich gar nicht vergessen den Liederkranz, der auch bei uns beheimatet ist. Auch ein sehr, sehr großer Verein, gerade was Fastnachskampagnen und so weiter anbelangt. Also insofern habe ich jetzt nur mal drei Beispiele genommen, die stellvertretend auch für andere stehen, wo ich zumindest sage, sie bereichern unser Leben in Neuhausen sehr. Was gibt es noch zum gesellschaftlichen Leben zu sagen? Der Uwe sprach eben schon von der Neuhausen-Kerb, die neu aufgelegt wurde. Wie siehst du das Neuhausen-Miteinander, das Leben innerhalb der Vereine auf den Veranstaltungen? Was willst du fördern? Genau, also tatsächlich finde ich, das kann ich da dem Uwe recht geben. Ich finde gerade jetzt die Beispiele, die du ja genannt hast, sind da wirklich Vorzeigeprojekte. Und was mir eine besonderes große Freude ist, dass dann eben diese Vereine sich nicht nur eben bei der Kerb engagieren, sondern wir die dann auch zum Beispiel auf dem Schulfest der Staudinger Grundschule mit an Bord holen konnten. Ich habe dann den TUS Neuhausen angefragt, würdet ihr dann Getränkeverkauf machen dann auf dem Schulfest? Und dann war das kein Problem, dass sie das dann eben mit einem Team von Menschen vorbeikamen und dann tatsächlich da sich dann auch eingebracht haben. Oder eben wir jetzt den Spendenlauf bei der Staudinger Grundschule hatten, damit der Schulhof tatsächlich ein bisschen attraktiver für die Kinder gestaltet wird. Und da war dann der Rugby-Club dann unser erster Ansprechpartner. Also da haben wir durchaus ja wirklich eine tolle Kooperation. Weil wir gerade bei der Staudinger Schule waren, die Turnhalle, Uwe, da ist doch einiges im Argen. Das stimmt. Das stimmt. Das haben wir auch festgestellt. Das haben auch die Stadt festgestellt. Die Stadt bemüht sich zurzeit, dass wir die Turnhalle doch noch nutzen können. Und das ist soweit ja auch in Ordnung. Auf die Jahre gesehen, die vor uns liegen, wünschen wir uns natürlich eine Dreifeldsporthalle für diese riesengroße Staudinger Schule. Ich hoffe, es gelingt auch, eine Dreifeldsporthalle dort hinzubauen. Das muss dann wahrscheinlich auch nochmal geprüft werden, ob das so durchführbar ist. Unser Wunsch ist es auf jeden Fall, weil wir ja jetzt schon sehr, sehr viele Kinder haben. Und wenn wir dann nochmal drauf schauen, dass die Lüssen irgendwann auch umgesetzt werden. Das Baugebiet hat. Ganz genau. Dann kommen ja noch viel mehr Kinder hinzu. Und dann wäre es schon gut, wenn wir da einfach auch den Raumbedarf schon bedenken könnten. Wie steht es denn mit dem Baugebiet in den Lüssen? Also wenn ich noch gerade zur Staudinger Turnhalle sagen kann, das Schlimme ist ja, dass bereits jetzt der Schulsport nicht abgedeckt werden kann. Also diese Zweifeldturnhalle ist bei der jetzigen Schülerzahl schon bereits zu klein, weshalb eben nicht der komplette Sportunterricht in der Turnhalle abgehalten werden kann. Und in der ADD, in den Planungen, dem Schulentwicklungsplan, der vorgestellt wird, wird weiterhin eine Zweifeldturnhalle eben vorgeschlagen. Und weil dann halt die Sporthallenkapazitäten in den anderen Stadtteilen eben noch quasi Kapazität hätten. Aber wir können halt unsere Schüler von der Staudinger Grundschule unmöglich nach Feddersheim oder wo auch immer hinbringen. Von daher ist es zwingend notwendig, dass diese Ganztagsschule, also wir haben nur zwei Ganztagsgrundschulen. Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr traurig, dass wir dann nicht eine Dreifeldturnhalle für eine Grundschule, die wirklich ein Ganztagsangebot bietet und auch ein hervorragendes Angebot bietet, umsetzen können. Und da machen wir uns tatsächlich gemeinsam stark dafür, dass wir dann endlich dann auch die Bescheinigung haben, dass wir da halt auch eine Dreifeldturnhalle dann halt in diesem Standort umsetzen können. Was hier natürlich auch noch mit angesprochen werden muss, ist die Überplanung des alten Schulgeländes. Was steht da an oder was wollt ihr da voranbringen? Also da war mein Vorschlag auch schon, und da habe ich auch einen Antrag im Ortsbeirat dazu vorgelegt, dass man dort eine große Kita hinbauen sollte, weil auch im Gespräch mit der Schulleitung sich gezeigt hat, das wäre eigentlich etwas, was gut zusammenpassen würde. Oben an der Eckenbärtsstraße eine große Kita, unten an der Kurfürstenstraße unsere Staudinger Grundschule, die ja general saniert wurde, die einen tollen Pausenhof mittlerweile hat. Und Marion hat es gesagt, diese Turnhalle, die neue, die fehlt eben noch. Und das im Verbund mit einer Kita oben, das würde richtig passen. Ich habe gerade jetzt aktuell von Timo Horst auch Signale erhalten, dass wir jetzt im nächsten Ortsbeirat, der am 16. tagt, genau darüber sprechen. Und da gibt es schon sehr, sehr konkrete Vorschläge zu diesem Gebiet da oben. Uns ist es diesbezüglich nur sehr, sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass das Schulentwicklungsgelände bleibt. Das heißt, wir möchten dieses Gelände für unsere Schule und gerne auch für eine 3-, 4-gruppige Kita erhalten. Das ist eigentlich das, was wir auch in unserem Arbeitskreis herausgearbeitet haben, wo wir auch mehr drauf legen. Und wenn ich gerade noch hinzufügen darf, weil mir das am Herzen liegt, die letzten fünf Jahre im Ortsbeirat, die waren nicht immer sehr einfach. Wir hatten drei Personen, die einer anderen Partei angehören. Da wollte ich noch dazukommen. Gut, dann machen wir es später. Ja, das habe ich noch auf dem Zettel stehen. Ich wollte jetzt zuerst aber trotzdem nochmal so machen und gehen mit dem Baugebiet an den Lüssen. Ja. Ja. Wie weit steht es da? Was ist da zu erwarten? Beziehungsweise das erfordert, beziehungsweise das schreit ja danach, dass diese Projekte, die ihr vorher genannt habt, umgesetzt werden, weil es expandiert ja. Genau. Also es wäre sehr wünschenswert, wenn tatsächlich auch das Tempo in dem Baugebiet etwas auch schneller sein würde an der einen oder anderen Stelle, weil die Wohnungsnot in Worms insgesamt ja sehr groß ist. Von daher ist es dann sehr wünschenswert, wenn wir da auch mal einen Schritt vorankämen. Nichtsdestotrotz ist es hier wichtig, dass wir die Anwohner mit an Bord holen, dass wir da die Kommunikation mit den anliegenden Bewohnern auch tatsächlich dann reinholen. Weil ein Gebiet zu entwickeln, ohne die unmittelbare Nachbarschaft einzubeziehen, wäre meiner Sicht total fatal. Und hier sind wir dann auf dem Weg und ich hoffe, dass wir dann dieses dann halt auch zügig vorankriegen. Also vielleicht darf ich da noch anschließen. Wir hatten ja einen Anbieter gehabt, nur war es dann so, dass dort Quadratmeterpreise aufgerufen wurden, die kein normaler Mensch eigentlich bezahlen kann. Und ich war dann doch sehr, sehr froh, dass sie dann auch Abstand genommen haben und das Projekt dann nicht umsetzen konnten, weil wir ja auch einen Stadtratsbeschluss haben, der sagt, wir müssen 25 Prozent sozialen Wohnungsbau dort umsetzen. Und das werden wir in der Zukunft auch tun. Aber ja, wir müssen darauf achten und da bin ich zumindest so aufgestellt. Dann lassen wir uns lieber ein halbes Jahr oder ein Jahr mehr Zeit, um etwas Fundiertes auf die Beine zu stellen. Aber das hat dann wieder Bestand für 30, 40 Jahre. Ja, das mit Sicherheit. Das ist ganz wichtig. Und das Schöne ist halt, auf diesem südlichen Bereich war ja dann auch eine Kita geplant und wir brauchen definitiv Kitas, wenn wir uns den Schlüssel dann anschauen, dass wir 30 Prozent lediglich der Kinder einen Kindergartenplatz haben. Also von daher wäre dieses ein sehr, sehr guter Ort. Allerdings habe ich dann auch schon dem Timo mit auf den Weg gegeben, ob das denn unbedingt zwingend auf dem südlichen Feld sein muss oder ob man es nicht dann auf den nördlichen Teil einsetzen kann. Weil auf dem nördlichen Teil ist eine Wohnbebauung nicht möglich aufgrund der Lärmschutzmaßnahmen. Sodass man dann halt sinnvollerweise vielleicht die Kita einfach auf die andere Straßenseite legen können und damit dann halt eben auch nochmal ein größeres Baugebiet und Wohngebiet dann eben haben. Gut, das muss man ausjustieren. Da muss man drüber reden. Das ist ganz klar. Was der Uwe jetzt vorhin schon angesprochen hat, es rumhurt etwas im Ortsbeirat. Habe ich so mitbekommen. Wir können ja auch ruhig Namen nennen und wir können ja auch ruhig nennen, um was es geht. Der Matthias Lehmann von der AfD forderte aufgrund der Haushaltslage in Worms die Auflösung des Ortsbeirates. Das ist korrekt. Herr Lehmann hat mich angeschrieben in meiner Eigenschaft als Ortsvorsteher und hat genau das von mir verlangt. Ich habe ihm eigentlich nur zwei Sätze zurückgeschrieben. Die E-Mail ist angekommen und ich werde das selbstverständlich nicht tun. Aus welchem Grund hat er da irgendwie nur die Haushaltslage, die Wormser-Haushaltslage? Herr Lehmann und auch die Fraktion sind, muss ich leider sagen, sehr schwierige Personen, speziell der Herr Lehmann. Und wenn man eine Revue passieren lässt, was da über diese fünf Jahre gekommen ist, dann war das eigentlich nur immer destruktiv. Alles, was die Parteien aufgerufen haben und er sich dazu gemeldet hat, war destruktiv. Und der Ortsbeirat lebt davon, dass Menschen sich darin befinden, die für den Ort da sind. Und da möchte ich einfach nur mal ein großes Lob auch an meine Kolleginnen und Kollegen aussprechen, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Und ich glaube auch, dass es ein Ergebnis davon ist, wie wir zusammengearbeitet haben, dass es jetzt tatsächlich und Gott sei Dank keine Liste der AfD in Neuhausen gibt. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Gut, denn dass es so konstruktiv gelaufen ist, dann ist es auch mehr oder weniger begrüßenswert. Ja, das ist auf jeden Fall begrüßenswert. Aber trotzdem, dieser Punkt hat mich auch auf eine Frage gebracht. Es gibt ja Vorschläge, dass Stadtteile aufgelöst werden. Dass die innenstadtnahen Stadtteile, darunter zählt auch Neuhausen, praktisch die Ortsverwaltung, der Ortsbeirat aufgelöst wird und in die Innenstadt geht. Also in den Innenstadtausschuss mit aufgenommen wird, sage ich jetzt mal. Wie steht ihr beide dazu oder wie stehst du dazu? Was denkst du darüber? Also tatsächlich halte ich nicht viel von der Idee. Auf der einen Seite fordern wir Bürgerbeteiligung und auf der anderen Seite schaffen wir dann, in diesem Fall würden wir dann die Bürgerbeteiligung direkt abschaffen. Ja gut, die Bürgerbeteiligung kann ja auch von der Stadtmitte aus erfolgen. Ich finde es durchaus sehr gut, wenn wir dann ein gewähltes Gremium haben, das tatsächlich aus den unterschiedlichsten Personen besteht, die dann halt gemeinsam und konstruktiv nach Ideen suchen, tatsächlich dann zu schauen, wie können wir ein bestimmtes Projekt umsetzen. Und gebündelt vorbringen. Genau, und dann tatsächlich dann halt auch wirklich konstruktiv und auch kritisch bestimmte Themen diskutieren, damit wir dann halt eben am Ende einen sehr guten Konsens finden und das dann halt gebündelt dann an den Stadtvorstand, an den Stadtrat weitergeben können, damit dann auch unsere Ziele tatsächlich auch umgesetzt werden. Also Neuhausen will selbstständig bleiben. Also unser Ortsberat ist aus meiner Sicht unantastbar. Einmal, weil, und das möchte ich dann doch nochmal betonen, wir der flächenmäßig kleinste Ortsteil sind, aber von den Einwohnern her der größte Ortsteil. Die meisten Wähler stimmen letztendlich dann dadurch. Richtig, nicht nur das, sondern wir sind ein sehr, sehr großer Ortsberat. Und wenn ich jetzt gerade auf mein Lieblingsthema auch zu sprechen komme, unsere Ortsverwaltung, dort gibt es die Erika gut und die Sonja Kiens, die eine sehr, sehr wertvolle und sehr, sehr gute Arbeit leisten, was auch bei den Bürgern sehr, sehr gut ankommt. Das muss auf jeden Fall erhalten bleiben, weil, wie wir wissen, wir werden alle nicht jünger, sondern wir werden älter. Und deshalb ist es so eminent wichtig, gerade auch für Neuhausen, dass unsere Ortsverwaltung dort bestehen bleibt, wo sie auch ist, dass auch die älteren Menschen bei aller Digitalisierung kommen, die trotzdem zu uns. Die brauchen Hilfe und die bekommen bei uns auch Hilfe. Und so muss das aus meiner Sicht zumindest auch weitergehen. Ja, dass zumindest mal ein Ansprechpartner vor Ort da bleibt. Ganz genau. Da, wo er ist. Gut, wir könnten noch vieles besprechen, aber die Zeit drängt natürlich. Und insofern möchte ich es, wie wir es bei allen Ortsvorsteherkandidaten ermöglicht haben, jedem von euch beiden eine Minute schenken, die ihr alleine in die Kamera sprechen könnt und eure Wahlwerbung, beziehungsweise warum man euch wählen sollte, dass ihr das vorbringt. Lose, fängst du an? Gerne. Ja, ich bin jetzt im zehnten Jahr Ortsvorsteher und brenne weiterhin für dieses Amt. Habe viele Dinge begonnen, die ich auch gerne noch zu Ende führen möchte. Mir liegt Neuhausen und die Neuhauser wirklich am Herzen, wenn ich an unsere Kerwe denke, an unseren Weihnachtsmarkt denke. Das wollen wir fortschreiben. Dafür möchte ich mich einsetzen, möchte den zukünftigen Ortsbeirat, sofern ich wiedergewählt wäre, auch wieder entsprechend führen, sodass wir wieder gute Ergebnisse erzielen können. Ich danke dir. Marion? Ja, danke schön. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken. Ich bin der Meinung, dass es an der Zeit ist, dass der Ortsbeirat in Neuhausen auch von einer Frau geführt wird, die tatsächlich die alltäglichen Probleme hautnah kennt. Wo kaufe ich ein? Wo gehe ich die Kinder zur Betreuung bringen? Wo gehen wir in die Schule? Und diese Probleme, die meiste ich mit meiner Familie tagtäglich. Mein Team ist tatsächlich in diversen Vereinen tätig. Wir haben wirklich von der Reinigungskraft bis hin tatsächlich zum Akademiker alles vertreten in allen Altersgruppen. Und von daher würde ich mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken, damit ich mit meinem Team Neuhausen auch eine starke Stimme im Stadtrat geben kann. Prima. Vielen Dank. Alles in allem. Gemeinsam sind wir trotzdem stark. Wir wollen für Neuhausen das Beste auf den Weg bringen. Es steht viel an. Ich denke mal, egal wer von euch beiden wird, es wird euch gelingen. Dankeschön. Danke. Gerne. Ja, meine Damen und Herren, für Sie gilt es natürlich jetzt am 9. Juni richtig zu wählen. Erstens den Stadtrat und zum Zweiten den Ortsbeirat und den Ortsvorsteher. Jetzt war Neuhausen dran. Aber das gilt natürlich für alle Stadtteile in Worms. Und vor allen Dingen nutzen Sie Ihre Chance zu wählen. Es geht um eine Wahlbeteiligung. Nur wenn man wählt, zeigt man seine Bereitschaft mitzugestalten, Verantwortung auch zu übernehmen. Wählen Sie richtig. Bis dann. Alles Gute. Ja. Das gehört Hey. Ja. Also das geht um. Ja. Ja. Das ist sehr gut, aber auch. Aber hier ist es nicht auch. Dumpf Florino. Vielen Dank.